Oh, ja, schau, frech dich an dein Anus, oh! Jo, Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Dragons. Das Ziel dieses Spiels ist es, den Drachen zu entkommen, und zwar sind wir das Kid Jumper. Und damit können wir ganz einfach mit der Eisenachst, ich sag mal, ja, schon springen. Wir müssen vor diesen Drachen abhauen, es kommen natürlich auch noch mehr, also nicht nur dieser eine, da ist schon der zweite. Ist grad immens laut. Grad voll laut auf meinen Kopfhörern. So, hier kommen nämlich schon die ersten Drachen, hier muss man ganz schön aufpassen. Ui, ui, ui. B. Übrigens, die machen auch sehr guten, sehr guten Schaden, sag ich mal, also ist schon... Oh, da kam schon der erste Drache. Die ganzen Kartoffeln, die hier rumliegen, ist schon lustig. Es sind, es leben noch 13 Leute. Vier, äh, sechs sind bislang gestorben. Das sieht man an der Statistik rechts. Übrigens nehme ich gerade im 720p-Modus auf. Also, das Ding wird wahrscheinlich in 720, also im HD kommen auf jeden Fall. Und, ähm, auf jeden Fall auch, ähm... Na, ja, ist... Oh! Ähm... Alter. Alter. Krass. Und, ähm... Diese Herzenanzeige und Futteranzeige und so, wird nicht so, ähm, verschieft kommen. Das heißt, dass, ähm... Diese Aufwärts... Oh! Alter. Wie mein Lieb einfach noch nicht fertig war. Okay, jetzt bin ich gestorben. Ähm... Das heißt, dass ich praktisch jetzt hier diese Aufnahme... Aber ich kann halt so nicht gut spielen. Ich finde das irgendwie scheiße. Und deswegen nehme ich nicht gerne diesen Modus auf. Ähm... Ja. Gut, ähm... Ich gucke noch ein bisschen zu, wie die Typen hier überleben. Und dann starten wir gleich in die nächste Runde. Alter, den hat's voll mitgenommen. Oh, ho, ho. Übelst mitgenommen. Alter, wie die alle rumschauen. Mäh. Krass. Auf jeden Fall eine schwierige Angelegenheit. Der chillt dort einfach. Na, bestimmt. Alter. Richtig krass. Boah, ey. Alter, die tragen Zerstörner hoch alles. Richtig waren... Äh, noch einer gestorben. Noch drei Mann leben. Der hier ist sehr gut positioniert, weil der auf einer großen Fläche steht. Der da eher nicht so. Zack, schon hat's ihn mitgenommen. Ganz Kartoffeln, ey. Ist doch schade drum. Da kommt der Nächster. Lol. Und der ist weg. Oh, er lebt noch. Er lebt noch. Ui. Was ist da denn los? Wieso hab ich eigentlich auf Tiny? Komisch. Der Typ überlebt's aber auch. Wahnsinn. Ich lebe noch zwei. Oh. Oh, da ist er runtergefallen. A Blackjack hat gewonnen. GG. Und dann würde ich sagen, hängt gleich noch einer hinten dran. Bis gleich. Hallöla und herzlich willkommen zur zweiten Runde von Dragons. Wir sind immer noch das Kidjumper und wir sind diesmal auf Skychips. Skychips und da sind wir praktisch, ja, wie der Name schon sagt, auf nem Schiff. Und jetzt kommt schon der erste Drache. Man muss ja ganz doller aufpassen. Ganz doller. Oh mein Gott. Man muss ja ganz doller aufpassen. Fuckig. Alter. What the fuck. Wie krass hab ich mich grad denn gerettet? Haha. Alter. Oh, FPS-Einbrüche. Alter. Ich spiel mit 11 FPS, 12 FPS so um die Drehe. Alter, wie das laggt. Ich spiel aber so schon nur mit 20, ey. Windows hat das Farbschema geändert gerade eben. Vielleicht liegt's irgendwie da dran. Alter, wie das laggt. Boah, ich kann so nicht spielen, im Ernst. Da, 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 da. Alter, das Video wird, ganz ehrlich, es wird so rucklig rauskommen. Oh mein Gott. Ich hab's überlebt. What the fuck. Es leben noch 11 Mann, also ich bin nicht unter den Top 3 oder so. Wär auch schade. Äh, wär natürlich total geil. Mein ich natürlich. Ich meinte, äh, wär schlimm, wenn's so wär, Alter. Im Ernst. Alter. Wie krass das einfach ist. Gott sei Dank ist das überhaupt nicht übertrieben. All das Leben noch 7 Mann, what the fuck. Die Frage ist nur, wo die sind. Also, ich wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht, wo die sind. Alter, der rusht hier einfach do, Alter. Kommt mal wieder runter. Jetzt hört mal eure Basis, ey. Oh. Da ist der weg. Da ist er weg. Es leben trotzdem noch 7 Mann, ey. Krass. So, was ich grad gemacht hab, sollte man übrigens nicht machen. Einfach so. Random. Irgendwo lang rennen. Alter. Ich hab viel zu krasse FPS-Einbrüche, um zu spielen, ey. Ey, ich bin unter dem Top 5. Ich seh nix. Lebt da drüben noch einer? Ne, ne? Ne, scheint nicht so. Und da ist noch einer weg, glaub ich. Ja, scheiße. Ja, okay. Wir sind unter dem Top 3 gewesen. Besser als nix. Muss ich wirklich sagen. So schlecht war's gar nicht. Guck mal, wir sind zweiter, lol. Cool. Okay, ähm, ich häng gleich noch ne Runde hinten dran. Bis gleich. Oh, ja, scharf. Richtig an deinem Arm. Oh. Jo, Leute. Herzlich willkommen zur dritten Runde. Däh. Los. Nein, ich hab aussehen, lieb eingesetzt. Scheiße. Naja, nicht so schlimm. Hoffe ich. Oh. Was für ein schöner Anblick. Ist eigentlich wirklich recht geil aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Alter, übertreibt's noch mehr. Die Drache soll mal ein bisschen runterkommen. Im Ernst. Alter. Hallo, mein süßes Mädchen. Hallo. Hallo. Oh. Ist das nicht der passende Moment, um Kinder zu zeugen? So. So. Alter. 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 Richtig krass. Scheiße. Gucken, wie die anderen so überleben. Der hat natürlich eine recht gute Position da oben. Was hab ich grad gesagt? Das habt ihr nicht gehört. Alter, ist schon, ich muss schon sagen, ist schon eindrucksvoll, wie die Drachen hier entlang crashen. Der Typ chillt hier einfach. So eine kleine Insel. Theoretisch könnte der jetzt darüber rennen, weil das ist für den eigentlich ganz gut. Weil auf der wird dann ja, das war klar. Weil hier wird er nicht überleben. Das ist natürlich schon logisch. Es sind noch drei am Leben. Oh. Okay. Ähm. Ja, ich würd sagen, das war's mit der Runde Dragons. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch bitte eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald. Oh, ich hab fast 2000 Gäms, ey. Ciao.